Musik Bach ist der größte Komponist von der ganzen Musikgeschichte. Es ist ganz einfach. Ein riesengroßes musikalisches Gemälde, in dem wir die Lebensgeschichte Jesu von Nazareth in Bachkantaten erzählen. Insgesamt elf Konzerte. Unsere liebsten Werke von Bach mit unseren liebsten Interpreten. Er war ein gläubiger Mensch, aber ein genialer Mensch daneben. Tatsächlich hat er sich immer wieder wichtige zentrale Ereignisse von der Verheißung bis hin zur Himmelfahrt Christi vorgenommen und hat sie musikalisch porträtiert. Kein Tag ohne Bach ist ein gutes Motto, weil es ist die tollste Musik, die man hören kann. Bachs Messias ist die Chance, sein Kantatenwerk nochmal völlig neu kennenzulernen. Musik 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 Untertitelung des ZDF, 2020